So, weiter geht es bei Asterix und Obelix, XXL und oh, wir werden schon nett begrüßt hier gleich. Bevor es losgeht, immer wieder mal kurz in die Steuerung. Jawohl, okay, ich bin wieder drin. Ja, das schaut mir schon mal ziemlich entspannend aus hier. Finde ich geil. Ja, wir sind hier gerade auf einem Dorf, auf einem Bauernhof. Was auch immer. Die Römer, ähm, mitten in der Nacht, hat was. Atmosphärisch hat das was. Die Römer tarnen sich hier mit ihrem Laub auf den Kopf. Sollen sie mal machen? Ah, die sind stark, die sind stark geworden. Oh, was war denn das? Voll geil, weggerammt. Alter, 100 Römer. Leck mich am Arsch. Scheiße, ich logge die jetzt einmal alle raus hier. Oh, das sind viele. Oh. Ich sehe hier, komm, das ist richtig fies. Aber irgendwann Zaubertrank drauf. Jawohl. Ja, jetzt macht es Spaß. Jetzt ist es geil. Verreckt einfach alle. Zack, 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 zack. Ich mach kurz einen Prozess mit euch. Boah, einfach einen nach den anderen wird hier weggehauen. Oh, es leckt ja immer mal richtig heftig grad. Ich hab auch noch so wenig Leben. Aber ich hab alle, beinahe alle besiegt. Die kommen einfach aus dem Gebüsch, aus nix kommen die einfach. Kacke. Ich glaub, mit den Teilen kann man die Römer wegraben, kann das sein? Braucht man dafür an Schwung? Ja, tatsächlich. Ist das geil. Jetzt hätte ich mal früher nehmen sollen, benutzen sollen, wahr? Ja, ist nicht schlecht, ne? Schon ein geiler Boni. So, komm mal her, ja. Ah, meine Güte. Ich trau mich nicht, Leute. Ich trau mich einfach nicht. Oh, da war das knapp. Ich hab nur noch ein Leben. Obelix, tu mal was. Sauber. Wo sind denn jetzt die letzten? Hier sind noch ein paar Schweine, dafür, die meine Menschen ein paar Leben bekommen. Hau mal drauf, Obelix. Brauch mal ein bisschen Leben. Danke. Jawoll. Hau drauf. Er prügel die Scheiße. Prügel die Scheiße aus dir raus, wie ihr Drachenloch das so macht. Wo sind jetzt hier die letzten? Es fehlen noch drei. Bisschen komisch. Ah, hier, versteckt. Meinte, ich sehe euch nicht, ja? Ich mag das, wenn ich ein bisschen von oben spiele. Gerade bei dem Level ist das... Ist das eigentlich schon viel besser. Hier ist einer. So, und der letzte, der muss hier auch... Da ist er. Irgendwo versteckt sein. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Geschafft. Hier waren noch drei Zaubertränke. Verarsch mich doch nicht. Und irre viele Leben. Ich glaube, es ist ja wohl nicht. Ja, da kriege ich aber früh Bescheid. Toll. Okay. Ich habe jetzt eine Fackel erhalten. Das schon mal ganz gut. Aber was soll ich jetzt damit? Verstehe ich nicht ganz. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Map. Da war ja noch ein Zaubertrank. Hier ist noch ein Zau... Ja, aber... Ja, so langsam, ne? Also ein bisschen übertrieben, oder? Hierfür brauchte ich die Fackel. Ach, du meine Güte. Hier geht es jetzt noch mal Action-Geladen weiter. Solange ich den Zaubertrank habe... Genau, sehr schön. Ich konnte immerhin noch drei von diesen Barrikaden... Vier... Nicht, drei, sorry. Vier von den Barrikaden zerstören. Alter, sind die schnell unterwegs. Was ist denn bei euch los? Dann gucken, wie ich das mache am besten. Okay, das war nicht so schwer. Irgendwie ist das Level komisch. Aber ich mag's. Ich mag das Level. Hui. So, wo muss ich denn jetzt lang? Sorry für die Legs, die ab und zu kommen. Man speichert es gerade so ein bisschen voll. Und ich wollte eigentlich noch irre lang viel was aufnehmen. Aber... Ich weiß nicht. Ob das eine gute Idee ist. Ich muss mich wieder ein bisschen vorproduzieren. Ich hab schon so viele Videos wieder aufgenommen. Jetzt muss ich noch ein bisschen Asterix aufnehmen. Ein bisschen viel. Wir haben's auch beinahe gespalten. Also bald haben wir das LP geschafft, denk ich mal. Und dann muss ich noch, äh... Für euch... Für Old Republic weiter aufnehmen. Ich hab zwar noch irre viel Aufnahmen. Aber... Alter, ist das unfair. Aber da fehlt... Ja, ich brauch noch ein bisschen was. Sagen wir's mal so. Bin ich hier richtig? Wie blicke ich die Map nicht richtig hier? Gucken wir erst mal. Ich werd die erst mal besiegen hier, weil die gehen mir auf die Nerven. Die hindern mich später. Was ist denn hier oben? Hier sind Schalter. Muss ich den jetzt schon aktivieren? Okay. Eine Brücke. Ach, und ich glaub genau... Hier muss ich jetzt... Hier muss ich jetzt mit Asterix hin oder sowas? Das funktioniert nicht ganz. Wie ging das denn überhaupt nochmal? Leute, umfliegen welche... Mit nem Jetpack rum? Ernsthaft? Rüber mit nem Jetpack? Oder mit Raketen? Was soll das denn? Das ist ja komisch. Achso, ich... Ich brauch... Ich seh gerade hier. Hier muss ich noch was anzünden. Ja, wir brauchen... Ein bisschen Feuer. Nur wo ist jetzt hier eine Zündquelle? Ein bisschen weit entfernt vielleicht? Oh. Kann man durchgucken? Kann mich hier ernsthaft her? Ich glaub schon, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Doch. Oder? Doch, klar. Aber wie weit darf ich denn zurücklaufen? Hier ist ja nirgendwo Feuer. Oder hab ich ein paar Zündquellen verpasst? Ja, hier ist Feuer. Geil. Das ist doch irre weit entfernt. Wie soll ich denn das schaffen? Vielleicht ein bisschen abkürzen? Das reicht aber immer noch nicht. Kannst mir nicht erzählen, dass das irgendwie reichen soll. Oder gibt's hier noch irgendwo was zum Anzünden? Gar nichts, ne? Nee. Hä? Also. Oder? Was denn hier? Ich hör was. Hier ist Feuer. Aber warum denn hier? Kann ich das Teil also kaputt schauen, ja? Jawohl. Ist nur ein bisschen stark gewesen. Ja. Ich wollte schon, sag ich. Hab da auch ein bisschen Licht gesehen vorhin, ne? Dann ist es, dann geht's natürlich. Also, dann kann ich hier das Feuer anbringen. Ja, dann passt das. Ich hab mich nur gewundert gehabt. So, Asterix kann jetzt stehen bleiben. Und Obelix. Genau. Der muss. Der muss Asterix rüberholen. Dann spring mal drauf. Okay. Oh, das ist. Es wird ein bisschen schwierig. Oh Gott. Da drüben ist es. Oh, das wird eng. Aber noch geschafft. Gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist die Party los, oder was? Hier eskaliert alles. Ja, kann ich ja nicht übersehen, wa? Du musst sie erst alle anzünden, wenn du weiterkommen möchtest. Achtung! Zu allem Überfluss bekommt er es jetzt auch noch mit fliegenden Römern... Ich hab's ja gesagt. Cäsar will euch mit allen Mitteln davon abhalten, eure Freunde zu befreien. Ja, ich seh sie. Was soll das denn jetzt hier? Ja. 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 Na, dürfen wir uns jetzt hier gegen alle vorstoßen? Und probieren wir einfach mal. Ich denke mal, das können ja nicht unendlich sein von dem her. Ah, es sind schon viele. Werden das überhaupt weniger? Ich weiß es nicht. Ich glaub' ja mal sogar nicht, ne? Ich zünde einfach nebenbei, äh, ja. Die Fackeln an. Die Gegner kümmern mich nicht. Ich meine, wenn sie nicht weniger werden, dann... Naja. Denk' ich einfach mal, dass ich mich jetzt nicht von denen hindern lassen soll. Und ich zünde einfach mal die Fackeln an. Tja. Ihr könnt mich ja eh nicht aufhalten. Das ist gar nicht so schwer irgendwie. Wo bleibt hier da die, äh, Herausforderung? Bitte. Die zünden dir wieder... Die, das sind ja Schweine. Verpiss dich. Na, dann ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wenn die Kackrömer da wieder die Feuer auspusten. Was soll das denn? Ich hab' euch das nicht erlaubt. Komm, noch einer. Ja, ja. Komm her, komm. Jetzt aufs Maul oder was? Der pisse dich. Kommen jetzt immer und immer wieder oder was? Also, ich weiß nicht, ich fühle mich verarscht oder so. Aber ich hab' gar nicht so viel am Himmel gesehen gehabt. Kommen noch welche? Nee. Da drüben ist einer. Da drüben ist einer. Da drüben ist einer.